hi leute willkommen zu einer folge minecraft adventure maps mit mir nicki und wir spielen heute eine horror adventure map und was raus muss muss raus wir gucken und das hier an black backrooms found tage irgendwas ist ein adventure horror map auf geht's minecraft ja ich habe jetzt runtergeladen dabei ist keiner ich bin alleine was das für eine map ist wenn euch natürlich gefällt dass ich so adventures mache dann schreibt es in die kommentare wenn ihr mehr so maps haben wollt weil ich hätte bock mich darauf zu spezialisieren ok ja einfach starten mit zwischensequenz wie aus dem ist das denn ja hi wir haben die das gemacht ok ich kann schiff ich kann nicht trennen oder warum rede ich hier habe ich mich teleportiert was ist hier los wo bin ich ich kann hier nicht lang muss geradeaus ok weil ich habe ein geräusch gehört vielleicht jetzt gerade die geschichte und ich laufe gerade einfach lang ich soll einfach den weg folgen für die story ok verstehe verstehe verstehen hier ist auch unsichtbare wand auch hier lang ja unsichtbare wände war kann ich hier lang wir haben die mobi wir haben die das alles gemacht da ist eine leiter oh alter ist das mega cool ok einfach weitergehen was weiß was steht hier muss ich irgendwie was machen oder kein ob ist hello 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 kann alle bayermi everybody pfeile da muss ich hin alles klar folgen wir den pfeilen und etwas an okay wir sollen es nicht bewegen es gut ist gut nicht bewegen alles klar Das ist nicht gut What the hell What the fuck ist das hier Wie soll ich mich darauf vorbereiten What the fuck Ich soll mich vielleicht gar nicht bewegen Aber dann tötet mich doch so viel Hä Was jetzt Alles unsichtbar Hier kann ich auch nicht weg Vor allem Leute Guck dir jetzt mal an Ich hab voll die Gänsehaut Was ist das What the fuck What the hell Einfach nicht bewegen Die Sounds sind einfach Creepy, man Ah, da muss ich lang Oh god, ich muss weiter rennen Oh god, oh god, oh god Oh god, oh god, oh god Oh god, oh god, oh god Oh god, oh god Oh god Oh shit, hinter mir her Oh je Wo bin ich denn jetzt? Und was ist das für Sound? What the fuck? Oh Gott, schenk fest. Ins Loch. Alter. Was spiele ich hier? What the fuck? Gibt es hier auch unsichtbare Wände? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann da 5 drücken. Oh. Wo bin ich jetzt? Wer im Raum? Okay. Ich höre auch schon wieder Geräusche. Okay, was seid ihr? Keep out. Ich verstehe gar nicht, was hier abgeht. Ich glaube, ich muss nachher mal bei YouTube schauen, was das überhaupt ist, dieses... Ne? Das, was ich gerade spiele. Ich habe ab so keine Ahnung. Hm. Muss ich hier langlaufen? Okay. Schränke? Cool. Das ist ja so ein Spiel. Irgendwann jagt mich was und ich soll einfach nur reagieren. Und versuchen, irgendwas zu tun. Ist das so? Wahrscheinlich ist das sogar so. Okay, ich bin wieder in so einem gelben Raum. Mann, es jagt mich gleich wieder. Kann ich das irgendwie beeinflussen oder ist das so ein Labyrinth? Okay, ich bin schneller. Das heißt, ich jagt mich was. Ich höre Geräusche. Oh Gott, Stuhl! Hä? Alter. Was zur Hölle spiele ich hier? Alter. Das kann nicht wahr sein. Hier komme ich nicht weiter. Das kommt doch nicht hierher, oder? Ich will das nicht. Oh Mann, das jumpscared mich gleich. Ich will das nicht. Oh Mann, ich habe voll Angst hinzugucken, Mann. Mann, jumpscare mich nicht. Ich weiß, du willst mich jumpscaren, du Arschloch. Ich drücke F5. Ich gucke hinter mir. HAL! Ich werde mich nicht umdrehen. Okay, ich drehe mich um. Ufff. H encuentro mich. Ich gehe auf, ich driver mich noch nicht umdrehen. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Ichossip, Mann.